Wäre es nicht schön, wenn es eine Faser geben würde, die die positiven Eigenschaften natürlicher und technischer Fasern in sich vereint? Wäre es nicht schön, wenn an dieser Faser sowohl Schmutz und Gerüche als auch Bakterien und Tierhaare abprallen würden? Wenn sie nach der Wäsche so rein sein würde wie am ersten Tag? Solch eine Hightech-Faser sollte nach deutschen Qualitätsstandards und mit innovativer Technik produziert werden. Wäre es nicht beruhigend, wenn diese Faser dafür sorgen würde, dass Feuchtigkeit optimal aufgenommen, verteilt und wieder abgegeben wird? Und wenn sie sogar die Kraft hätte, Allergien zu vermeiden? So eine Faser würde sich selbstverständlich auch wunderbar weich anfühlen. Wäre es nicht schön, wenn so eine Faser mit einem guten Gewissen vereinbar wäre? Wäre es nicht ideal, wenn diese Faser für erholsameren Schlaf und damit für mehr Gesundheit sorgen könnte? Ein ganzes Leben lang? Wäre es nicht schön, wenn diese Faser Realität wäre? Ja, das wäre es. Und weil wir sie entwickelt haben, nennen wir sie die Opti-Faser. OptiD. Natürlich besser schlafen. MediD. Untertitelung des ZDF, 2020